Singer-Songwriterin Christina Perry drückt sich nicht nur über ihre Musik aus. Die 27-Jährige hat ca. 70 Tattoos auf ihrer Haut. Jedes erzählt eine Geschichte oder ist eine Liste meiner Lieblingssachen. Manchmal mache ich welche mit meinen Freunden. Ich habe Tattoos mit meiner Mutter, mit meinem Vater, passende Tattoos mit meinem Bruder und meinen Freunden. Ich habe auch wirklich alberne Tattoos, die gar nichts bedeuten. Aber ich habe auch wirklich besondere. Es ist für mich eine Art, mich auszudrücken. Es ist für mich eine Form von Expression, die ich in Liebe bin. Ihr neuestes Tattoo ist übrigens ein Cheeseburger, angeblich ihr Lieblingsessen. Eine eher musikalische Verewigung gibt es dann wieder auf ihrem neuen Album, das Anfang März rauskommt.